Ist das deine Karre? Das ist mein Luxuswitz. Mach Tür auf, du Tourist! Adi! Was machst du denn hier? Sagt mir lieber, was der Hosenscheiß in unserer Wohnung macht. Der wohnt da, ganz offiziell. Hallo! Mir hat sich ja nichts verändert, mein Freund. Ah, die Frau Beimer. Wenn du willst, kannst du bei uns unterkommen, ja? Wir hätten noch ein Plätzchen auf unserem Sofa frei.